Kuckuck und herzlich willkommen bei Kruloff und Gerst. Das war der beste Anfang ever. Wir haben heute einen Rucksack hier und der Rucksack ist entgegen unserer Gewohnheit noch sehr leicht und leer. Und wir müssen ihn heute ein bisschen füllen. Was heißt wir müssen? Ich hätte einen Wunsch, stellvertretend für alle, die heute zugucken, dass du uns ein bisschen mitnimmst in deine Urlaubsplanung. Ich bin semi genervt. Das ist in Ordnung. Aber die Sache ist, Martin wird bald in den Urlaub fahren und zwar nicht mit uns, sondern mit seiner richtigen Familie. Och, das hast du, aber seid doch meine Familie. Ja, aber eben mit der Blutlinie quasi. Und ich habe den Wunsch, wie gesagt, dass du uns ein bisschen zeigst, was du fotografisch mitnimmst. Du musst jetzt nicht zeigen, was an Sonnencreme und dies und das mitnimmst. Aber fotografisch würde es mich interessieren. Darüber denke ich schon seit Tagen nach. Siehste? Und dann hoffe ich, bist du zu einem Ergebnis gekommen. Nicht so ganz. Okay. Nein, aber ich finde es, glaube ich, es ist, glaube ich, spannend, mal in dein Köpfchen reinzugucken, was du, der du ja hier schon aus dem Vollen schöpfen kannst, was Kameras und Objektive und vielleicht auch ein oder andere Zusatzgerät, was du so in den privaten Urlaub mitnehmen würdest. Ja. Ja, ich habe auch schon an die GFX gedacht. Ja, denn ich glaube, du bist ein bisschen limitiert, vielleicht für eine GFX zum Beispiel. Ja, also erst mal, es geht nach Teneriffa. Keine Ahnung. Und meine Frau und mein Sohn, wir wollen sehr viel wandern und sehr viel schwimmen. Natürlich. Was mache ich anders im Urlaub als Sport? Ja, eben. Also, hallo, wie kriegt man denn sonst so einen Körper? Doch nicht durch nichts tun. Okay, das heißt aber wandern, nicht mit dem Auto, sondern mit Füßen. Hackenborsche. Ja, Hackenborsche. Das ist echt schwierig. Also Punkt Nummer eins, Thilo hat mich lange behakt, das Video zu machen. Ich mache es, weil es sinnvoll ist, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen vor gleicher Entscheidung stehen, was mitnehmen. Vielleicht hat man drei Objektive und nimmt nur zwei mit oder ist vielleicht bei uns etwas übertrieben in den Möglichkeiten. Aber ja, es ist sinnvoll. Okay. Ja, und wir wollen ja später auch was sehen. Und ich hoffe, du bist fein damit. Also ich kann verstehen, dass man private Fotos nicht so gerne zeigt und so, aber wenn wir sie dementsprechend privatisieren, vielleicht mit so einem Emoji, falls jemand drauf sein sollte, den ich im Internet haben möchte. Du meinst so ein Teufelchen? So ein Teufelchen, ja. Da sind wir jetzt ans gleiche gedacht. Ja, klar. Aber mein Sohn, der kriegt einen Teufelchen. Ach so. Spaß. Ich bin ja jemand, der, ich halte nichts davon, seine Familie zwangsweise so publik zu machen und eins ins Netz zu stellen oder damit irgendwie so zu spielen, bildertechnisch. In dem Falle habe ich kein Problem mehr mit Bilder zu zeigen, wenn wir sie ein bisschen entpersonalisieren. Vor allem bei Kindern finde ich es so ein bisschen, es soll er selber entscheiden, was er dann irgendwann macht. Ähm, ja gut, können wir machen. Wir können uns danach nochmal zusammensetzen und dann über die Ergebnisse sprechen. Okay, aber dann lasst uns erstmal diesen Rucksack vollkriegen. Ja, ich denke da schon länger drüber nach, ähm, welche Kombination, weil das Problem, ja, ne, ne, also ist gut, also das Problem ist, Verdeckt mich sonst. Ja, dich. Ähm, das Problem ist, dass der Rucksack, ähm, richtig gut ist, also das ist der, äh, Wissler von Lowe Pro. Aber, ähm, von diesem Platz hat meine Frau schon gesagt, müssen mindestens zwei große Wasserflaschen rein. Okay. Also kein Superteeter. Das wird rausfallen. Okay. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen Essen. Also ich denke, das in der Mitte wird so mit, 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 mit Wasserflaschen voll sein, mit zwei großen 1,5 Liter Flaschen. Dann wird das hier so ein bisschen für Essen und für, für, für so Snacks sein für unterwegs. Wir wollen wirklich Tageswanderung sein und im Ergebnis bleibt mir so ein, so ein Drittel, so ein gutes Drittel vom Fotorucksack. Okay. Und ich will ja kein, ich will ja keinen Fotourlaub draus machen. Also das ist die Bedingung, die auch meine Frau gesagt hat. Willst du schon, aber, will ich schon, aber darf ich nicht. Ähm, ich darf Fotos natürlich machen. Soll ich auch. Ist mal gern gesehen. Aber ich darf jetzt nicht, äh, jetzt, äh, da irgendwie große Langzeitbelichtungen auspacken, leider. Okay. Ja, was nehmen wir mit? Genau. Was nehmen wir mit? Also ich denke, es gibt eine Sache, die muss ich kurz holen. Ja. Ähm, eine Sache gibt es, die, die, die muss mit. Wo ist sie denn jetzt? Moment, Moment. Jetzt wird gesucht. Aber naja, hier. Im privaten Stash. Ich habe hier eine Kamera, die, äh, äh, eine Kamera ist nur so gut, wie sie auch dabei ist, so. Und auch ready to shoot. Das ist ein sehr oft bemühter Satz, aber es stimmt natürlich, klar. Das hier ist die RX1 R2. In sehr abgenutzter Form. Äh, kurz Specs. 42 Megapixel Sony Sensor. Sehr dynamisch. Solide. Solide. 35 Millimeter 2.0er Blende. Fest verbaut. Fest verbaut. Nicht wechselbar. Ähm, sehr limitiert. Allerdings für helle Bereiche, gerade für die Kanaren sehr wichtig, den, den Sucher zum Ausklappen. Und, äh, da vorne ist ein Mistfilter dran. Einen variablen ND Mistfilter. Der macht sowohl das Bild mit matschig, als auch das Bild dunkler. Weil die Kamera halt einfach überteuert nur ein zweitausendsel belichten kann. Natürlich. Wer macht sowas? Wer macht sowas und macht eine Kamera, die bei 2000 Schluss ist? Ähm, also man kann damit eigentlich nicht in der Sonne fotografieren, ohne dass man den Mistfilter drauf hat. Aber das Ding ist, diese... Also den ND-Filter. Den ND-Filter. Aber diese Kamera geht da nicht nie in die Tasche. Und das ist so, also die kann man einfach, die kann man einfach so auch mal in die Tasche reinstecken. Also, gar eine oder? Ja, kann man machen. Okay, das heißt, dein Rucksack ist immer noch leer. Ja. Quasi. Das ist gut. Also das ist eine On-The-Go, Point-and-Shoot. Klingt immer so ein bisschen abwertend. Aber ist es so? Ich glaube, du hast die auch gar nicht, ähm, jetzt zumindest jetzt im Moment ist sie im A-Modus. Ja. Das Idioten-Modus. Ah, Idioten. A steht für Anfänger, ne? Das wisst ihr. Ähm, einfach heller, dunkler machen am Drehrad. Iso-Automatik, völlig fire and forget. Also richtig so Dully-Modus, so Point-and-Shoot. Ja. Aber positiv gemacht. In sehr teuer. Und auch das, ja. Und in Vollformat. Ähm, eine andere Kamera, die unbedingt mit muss. Okay, das musst du, glaube ich, ein bisschen mehr erklären. Das ist die beste Kinderkamera, die es gibt. Das ist eine, äh, Nikon W150. Coolpix. Coolpix, ja. Die Kamera ist zwei Meter sturzsicht, äh, sicher, wasserdicht und, ähm, hat einen hochfrontalen Blitz. Also, wenn man das jetzt mal hier so reinhält, der Blitz ist genau über der Achse. Mhm. Und damit bekommt man nicht diese hässlichen Schlagschatten. Und ich hab das so eingestellt, dass mein Sohnemann, ähm, einfach, also der hat die eigene in gelb. Ähm, das ist ja unsere Studio-Spaßkamera. Dass der Blitz immer an ist. Und dass man damit einfach immer, immer, also man kann damit alles machen. Das ist, das ist geil für ihn. Also es ist wirklich die beste Kinderkamera, die es auf diesem Planeten gibt. Okay, das heißt, das ist die für deinen Sohn. Das heißt, wir haben jetzt eine Kamera, die nicht in den Rucksack geht und die für deinen Sohn ist. Naja, die muss ich auch in den Rucksack mittragen. Die geht schon ein bisschen in den Rucksack. Ja, aber die kann er ja auch manchmal. Ja, er hat eine eigene Bauchtasche. Was ist er? Ja, dann so eine Scout, dann kann er die rausheben. Und, ähm, ich will schon auch probieren, dass er so ein bisschen fotografiesüchtig wird. Ich finde, das ist, ähm... Also du züchtest die nächste Generation heran. Nee, ehrlich gesagt will ich... Er kann alles werden, bloß kein Fotograf. Okay. Ähm... Unterschreiben. Ja, unterschreibst du, ne? Ja. Aber er soll Spaß haben, irgendwas zu schaffen. Also ich will auch ein kleines Fotobuch mit ihm machen. Ah, cool. Mit allen Bildern dann von uns. Und, ähm... Anschlussvideo. Also nicht Anschlussvideo. Ja, das ist ganz easy. Also einfach die besten Bilder aussuchen, dann macht das Saal digital automatisch und dann kommt das. Also er soll da wirklich... Man darf da nicht übertreiben, weil man verliert auch so einen Spaß, wenn es bei dem... Ja, ja. Der ist sechs und der will einfach was machen und dann muss was rauskommen, das was, wo er in Händen hält. Und er muss sozusagen stolz sein, wenn dann Oma vorbeikommt und... Guck mal, das Buch. Genau. Ja, ja. Genau. Also jedes Bild, ein Bild, eine Seite. Wir haben jetzt trotzdem immer noch nichts für dich in deinen Rucksack gepackt. Komm, fangen wir doch erstmal... Also wie gesagt, wir stehen hier auch so ein bisschen vor, wir haben hier lagert sehr viel. Alles. Alles. Also eine Z9 wird es nicht, eine GFX wird es auch nicht... Aufgrund der Größe? Nee, aufgrund der Tatsache, dass ich privat eine Lumix fotografiere und meine Frau Lumix bedienen und fotografieren kann. Okay, das heißt, es wird definitiv eine Lumix, so als No-Brainer, dass ihr auch mal... Ja, wir haben mit MFT angefangen und seitdem sind wir bei Lumix geblieben und zwischenzeitlich fotografieren wir eine S5 privat und die nehme ich mit. Also du kannst mal eine S5 rausholen. Okay. Das ist sozusagen, man nimmt nie was mit, was die Frau nicht bedienen kann. Weil das blöd ist. Also das ist dann der einzige Dulli, der irgendwie ein Foto versucht zu machen. Okay. S5, keine R und keine sonst was, einfach nur klein, kompakt, Vollformat. Also bei mir ist immer Vollformat wichtig und dann muss es nicht die krasseste Auflösung sein. Ich brauche jetzt keine 50 Megapixel, ich brauche eine Vollformat-Kamera, die taugt. Und vor allem halt auch das Display. Also Display ist bei mir sehr wichtig, dass man auch so ein bisschen verschiedene Winkel einnehmen kann. S5. Kit-Objektiv, ja. Muss ein Kit-Objektiv. Kit-Objektiv. Okay. Warum? Weil das bei der Lumix ist das wirklich besonders. Das ist ein 20er, das weißt du ja selber. Das Kit-Objektiv bei der S5 ist ein 20 bis 60. Was ich sehr geil finde, weil 20 Millimeter sehr weitwinklig ist. Und das ist so, das ist so... Damit kann man alles fotografieren, was so ein bisschen Makro-Landschaften... Aber warum dann kein 24-70? Weil es mir zu groß und zu schwer ist, ehrlich gesagt. Aber es ist viel besser. Ja, aber dann würde ich lieber... Dann lass uns lieber... Das ist sehr interessant. Also ich bin der Meinung, man muss sich so ein bisschen fokussieren. Und meine Fokussierung sind Festbrenn-Weiten. Und das ist so... Das ist so leicht und so kompakt, dass es einfach reingeht. Ohne dann jetzt groß... Ob es jetzt dabei ist oder nicht. Macht jetzt nicht so viel Unterschied. Lass uns lieber richtig spinnen und lass das 105er 1.4 mitnehmen. Sigma. Okay. Ist ja... Du musst den damit... Also das ist schon... Ne, weil... Weil... Ich will die Extremen. Dann hole mal 24 1.4... Ne, 24 1.4... Ne, nimm es 1.8er. Okay. Das 1.4er von Sigma ist mir auch zu groß. Ja gut, die haben... Also das ist hier das 24er, ne? Die haben eine sehr ähnliche Größe. Ja, es ist sehr kompakt, ne? Also... Aber dann kommt natürlich das... Also, okay, man merkt... Extreme. Weil das ist schon... Das ist... Wahrscheinlich die meisten würden es jetzt nicht als klassisches Urlaubsobjektiv bezeichnen. Aber das... Die Looks sind so besonders. Also das schleppe ich gerne den Vulkan hoch, wenn ich dafür ein Foto bekomme. Okay, das heißt... Wir gehen... Du gehst... Eher in... In... Sachen Besonderheit als in Sachen... Ich könnte alles fotografieren, wenn ich den wollte und Zeit dafür hätte. Also ich habe... Die Sache ist die... Ich denke, man sollte irgendeine kleine Point and Shoot mit dabei haben. Also man könnte jetzt auch... Ich hatte auch an die... An die... Weißt du an welche Kamera ich auch gedacht hatte? An die LX102. Hier. Achso. Ja. Sozusagen man könnte jetzt auch... Das ist ja die Edel Leica. In billig. Ja. Also die gibt es ja auch in Leica für zigtausende Euro, ne? Die ganz genau gleiche Kamera. Ähm... Sozusagen man könnte diese Kamera auch durch die LX102 ersetzen. Mhm. Das ist halt jetzt Vollformat in sauteuer und das wäre jetzt sozusagen die günstigere Variante. Es geht mir nur darum, guck mal, das packt mal so. Das ist einfach so, du hast sie dabei, du kannst sie mit fotografieren. Ich finde, das ist ehrlich gesagt super wichtig. Mhm. Also eine Kamera zu haben, die, wenn du unterwegs bist, gar nicht höchstens mal im Topfach verladet. Ich hab dann ja meistens so, du kennst ja meine grauen Hosen mit diesen Cargo-Hosen. Mhm. So eine Kamera, die außen in so eine Cargo reinpasst. Weißt du so, wo du wirklich einfach rausnimmst und fotografierst. Ja. Das kann auch eine andere Marke, es kann was anderes sein, es gibt ja verschiedene. Aber es muss eben super kompakt sein. Und dann bin ich der Meinung, dann sollte man hingehen und sagen, okay, welche extremen Looks habe ich? Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich würde nur zwei mitnehmen dürfen, würde ich wahrscheinlich das Kit weg... Mhm. Also dann würde ich es so machen. Weißt du? Also ich würde möglichst weit auseinander unterschiedliche Looks haben, die aber extreme Freistellungen haben. Weil der Vollformat-Sensor bringt ja nichts, wenn ich dann mit Blende 5-6 herum fotografiere. Ja, ich hab das so hochgehalten, 5-6 ist es nicht. Ja, aber 3-5 plus 5-6 oder sowas, ne? Ja, 3-5, ja. Und ich finde es ehrlich gesagt langweilig, so ein 24-70 mitzunehmen. Das ist mir zu... Es ist so weder Fisch noch Fleisch, weder Tele noch offenwendig, oder? Ja, stimmt. Okay, aber... Ich hatte auch an 235 1.8 gedacht, aber das ist mir wieder zu lang. Okay. Also ja, stimmt. 50er hatte ich auch überlegt, ist mir auch zu normal. Da ist es zu sehr an der Kamera dran. Und die macht eigentlich geilere Looks mit dem Mistfilter und der Sony-Dynamik. Also dieser Farblook von der ist einfach grandios. Wir werden halt sehr viel wandern. Ja, aber du hast ja einen Rucksack. Ja, aber das ist halt auch so, man kann da nicht zwangsweise 100 Meter... Also das macht mir so ein bisschen Sorgen, aber das ist so mein No-Risk-No-Fun. Also wahrscheinlich wird das die meiste Zeit im Rucksack sein, während das hier drauf ist. Das ist so das Note-Backup, falls ich doch irgendwas sehe, was ich irgendwie fotografiere. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, das rauszuholen, dann werden es wahrscheinlich auch sehr besondere Bilder. Naja, wir kennen alle aus unseren Tutorials auch Teneriffa, der Vulkan oben, das sind ja auch ganz große Weiten, wo man so Tiefe hat. Also ich glaube, dass man dann damit glänzen kann. Aber interessant, glaube ich, ist die Tatsache, dass ich das Zoom am unwichtig... Also die Mitte finde ich... Weil guck mal, mein Sohnemann knipst damit rum, damit kann ich auch coole Bilder im Wasser machen, die ist wasserdicht. Also man kann auch in den Pool damit gehen. Was ich dann eher noch mitnehme ist... Oh, das fehlt hier noch. Ich nehme noch fürs Handy ein Unterwasser-Gehäuse mit. Okay. Das werden wir auch noch irgendwo hier rumlegen. Kann man ja kurz einblenden, das haben wir auch schon öfters verwendet. Gibt ein wirkliches Unterwasser-Gehäuse mit externen Knöpfen fürs iPhone und damit kann man dann im Pool fotografieren und alles. Ja. Dann noch Gretchen-Frage. Gretchen-Frage, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Egal. Nimmst du doch was an Licht mit? Ich hab eh noch was, was ich noch mitnehmen würde. Eine Insta-Go. Ach so. Das ich liebe, das ist für Familiensachen supergeil. Brauchen wir jetzt hier nicht holen, können wir auch zeigen. Ist ja diese ganz kleine Kamera, die man so überall hinstecken kann. Ich glaube, da werde ich meinen Sohnemann damit ausstatten. Okay, okay. Das ist cool aus der Perspektive von dem das so zu sehen, was wieder klettert und wieder... Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt, was war deine Frage? Licht. Brauchst du noch Licht? Ich meine, da unten gibt's viel Licht, aber vielleicht willst du es ja setzen. Jetzt bringst du mich auf was. Wie viele Wattsekunden sollen es sein? Meinst du, es lohnt sich, ein Aufstiegsblitz? Ein Aufstiegsblitz brauche ich nicht. Also direkt anblitzen will ich nicht, indirekt brauche ich auch nicht. Dafür gibt es zu viel Himmel. Wenn, dann würde ein externer Blitz Sinn machen. Ja. Entfesselt. Ja sicher. Aber dann muss meine Frau den halten. Kann sie doch. Muss ich aber abends sehr brav sein. Muss ich abends sehr brav sein. Kriegst du hin. Reißt du dich mal zu sehen? Ja gut, dann nehmen wir noch einen AD100 mit. AD100. Also kein Aufstiegsblitz, AD100 ist besser. Mit einem festen Bitz aus Löwen. Ja und der ist auch nicht viel größer. Nee der ist so wie so eine Cola-Dose. Moment mal, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht gucken wir, ob du noch Platz hast. Das kommt hier oben rein, in die große Tasche. Also das ist beide zusammengedüngelt. Ja okay, es könnte noch rein passen. Ja kurm. Easy. Easy. Ja okay. Wie kriegt der so ein? AD100 und Auslöser. Also gut, die packen wir wieder weg. Aber meinst du, damit kann ich was hinkriegen? Besser haben als brauche. Ich habe mir sehr... Im Gesamten natürlich. Also wir können es uns ja angucken, wenn es nichts geworden ist, wird das ein sehr kurzes Video jetzt. 24 1 8 ist halt geil. Ist halt weitwinkelfreistellend. 105 1 4 ist halt mega geil. Dazwischen habe ich das... Das ist so ein Schisserobjektiv. Ich packe es nur ein, weil ich Angst habe. Aber dafür hat es auch die richtige Größe. Ja. Also 24 1 70 würde ich nicht aus Angst einpacken. Ich hatte mir überlegt, ob ich alles nicht mitnehme. Und das 28... Haben wir das 28 75 hier? Weiß ich nicht. Aber ich kann... Oder habe ich das oben? Das kann sein, dass du das oben hast, glaube ich. Ja ne, also ist gut. Ich glaube, ich habe es oben. Ja. Also eine andere Option wäre noch gewesen. Nur ein Zoom-Objektiv. Aber dann ist die Frage, warum nehmst du überhaupt mit? Was? Ja, okay, komm. Wir machen das so. Sei ein bisschen mutig. Trag ein bisschen mehr. Weißt du, wie steil das da hochgeht? Ne, keine Ahnung. Ich war nur nieder. Doch, du warst auch schon da. Aber da bist du nie gewandert. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Im Video ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Für dich ein bisschen mehr. Ja. Du bist wieder zu Hause. Finally. Zu Hause ist am schönsten, sag ich mal. Ist das so? Ja, schon irgendwie. Aber es war trotzdem schön, hoffe ich. Für dich. Es war sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Warum? Weil die Klettertouren auf dem Vulkan doch ein bisschen anstrengender fahren als gedacht. Und gerade bei dem ganzen zusätzlichen Foto-Equipment, was du noch mitgenommen hast? Ja, ich habe mir das auch schon öfters jetzt gefragt, ob ich jetzt weniger mitnehmen würde. Beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht. Das ist ja die spannende Frage. Hast du dich richtig entschieden oder falsch? Was? Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Also, ich habe extrem wenig mit dem 105er fotografiert. Okay. Und ich weiß nicht, ob eine 70-200 Variante nicht besser gewesen wäre. Mhm. Weiß ich nicht. Einfach, weil ich damit öfters fotografiert hätte. Die Festbandweite Tele war schon sehr einschränkend. Interessanterweise hat sich mal wieder so ein bisschen bewahrheitet. Ich habe extrem viel mit der Sony fotografiert, weil die halt einfach immer dabei war. Ja. Wir sind auch mal abends essen gegangen und da habe ich halt keine Kamera mitgenommen, aber ich habe die Kamera mitgenommen. Mein Sohn, also der Maximilian, hat extrem viel mit seiner fotografiert. Sehr coole Bilder gemacht, auch so. Also, da bin ich richtig stolz drauf, dass er wirklich immer wieder gedacht hat, so, ich will ein tolles Bild machen. Das muss man noch Oma zeigen, das muss man noch da zeigen und so. Also, das hat unfassbar gut geklappt. Die Kamera war jeden Cent wert. Mhm. Und komischerweise habe ich auch echt Bilder, die mir besonders wichtig sind, mit dem Handy gemacht. Ähm. Ja. Ja. Also, vielleicht muss man jetzt mal konkret sagen, das Handy im Pool unter Wasser hat schon richtig gut funktioniert. Das war mega cool. Ach so, unter Wasser dann auch wirklich. Okay. Also, Handyfotos an Land habe ich nicht gemacht. Okay. Okay. Also schon, es geht um Special Use quasi. Special Use. Okay. Es war, da waren schon richtig, richtig coole Bilder dabei. Aber das heißt ja, so ein genereller Tipp wäre dann, man muss eine Kamera dabei haben. Ja. Klingt jetzt irgendwie banal wahrscheinlich, aber wenn du sagst, du hast viele mit der Sony gemacht, obwohl du natürlich auch die S5 dabei hattest. Also, ich glaube, am meisten Fotos habe ich schon noch mit der S5 gemacht. Aber. Aber. Nicht so die Konstanten. Also, ich habe die dann sozusagen zur Wanderung rausgepackt, habe sie mir reingemacht. Was ich wirklich vermisst habe, war der Peak Design am Gurt, am Rucksack. Ach dieser, am Rucksack. Nie wieder ohne. Ja, okay. Also, das ist ja, es ist einfach so eine Sache, ich muss sie halt entweder an der Seite tragen oder in der Hand oder in den Rucksack tragen. Also, ich finde so, was ich gemerkt habe, war, dass A, vielleicht fangen wir früher an. Mhm. Ähm. Eine Sache, die wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, die ich mitbekommen habe, ist, dass die Brennweite sehr viel mehr durch das Motiv definiert wird, als man das vielleicht oftmals denkt. Ich glaube, das musste die Motive packen. Maximilian ist ja jetzt gerade sechs. Mhm. Und wir haben Wanderungen gemacht, die schon, ich glaube, die Oma darf das nicht mit sehen, weil die würde ausrasten, weil das wirklich schon sehr nah am Abgrund war. Und. Also wortwörtlich. Ja, ja, wirklich. Also wir haben ihn auch teilweise gar nicht mehr losgelassen. Wir haben es auch nicht so kommen sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Also er ist sehr sportlich und er ist auch gut versiert. Also es war jetzt nicht todesgefährlich, aber es war todesgefährlich. Ähm. Und irgendwie dort habe ich gemerkt, dass es, ich will ihn eigentlich gar nicht so weit weg haben von mir. Okay. Ja, okay. Und damit hast du ein paar, also sind die teeligen Sachen dann so ein bisschen raus? Ja, und das ist schon so ein bisschen in der Stadt. In Spanien weißt du selber, da hält ja kein Schwanz am Zebrastreifen. Ja, die funktionieren im Ausland ein bisschen anders. Das sind ja so Halteempfehlungen. Ja. Für ganz liebe Leute. Mhm. So. Kann man sich eigentlich auch sparen. Ja, kann man sich de facto auch sparen. Und dann waren wir in der Stadt und keine Ahnung, er hat dann die AIDA angeguckt, die da lag und du musst, du kannst ihn gar nicht, also du kannst gar keine drei, vier Meter weit weg gehen. Weil sonst ist er auf einmal 10, 15 Meter weg. Ja, oder er hat das halt auch noch nicht so im Griff in einem fremden Land, das einzuschätzen wie jetzt hier in Deutschland. Ja. Und auch beim Klettern war es so, dass man ihn einfach nicht die 10 Meter weit weg haben wollte, weil er guckt in Ochenstein und also das ist einfach, die 24 waren ideal. Weil man wirklich nur einen Meter zurück geht, einen halben Meter zurück geht und man kann ihn fotografieren, man kann so in einer anderthalb Meter Entfernung ein Ganzkörperfoto machen. Und hat halt einfach immer so ein bisschen, vielleicht bin ich auch ein sehr übervorsichtiger Papa. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann ein Bild zeigen, wo man sieht, so die Kletterstrecke, wo man wirklich sieht, wie die Schlucht ist und der Teil, der im Hintergrund ist, übrigens eines meiner Liebsten. Also das ist so mein Lieblingsbild von der ganzen Welt. Dafür hat sich schon echt gelohnt. Also das ist super, super epochal. Epochal. Ah. Okay, das heißt also, Brennweite muss vom Motiv abhängig sein. Und wenn du nicht weit von deinem Motiv weg sein möchtest, musst du dementsprechend natürlich, also mit dem 24er scheinst du sehr zufrieden gewesen zu sein. Ja, also nächstes Beispiel, keine Ahnung, er kann jetzt schwimmen, richtig gut. Das hat mich sehr erstaunt. Von drei, vier Tagen hat er, wir waren sehr viel im Pool, und ich bin dann immer mit reingegangen und er hat es sehr schnell gelernt. Aber ich habe da mal ein Foto machen wollen, wo er halt am Poolrand ist. Mhm. Und auch wenn er jetzt schwimmen kann, er kann halt, also er ist kein Rettungsschwimmer, den er gemacht hat. Ja. Und du willst dann trotzdem nicht, dass du da fünf Meter weit weg gehst und dann irgendwie ein Foto machst und der sagt, ha, Papa rutscht ab und dann erschrickt er sich. Und er kann zwar schwimmen, wenn es ideal, oder da konnte er schwimmen, wenn es ideal war, aber keine Ahnung, wenn man da kurz Wasser schluckt und dann so ein bisschen Panik bekommt, und dann, ich wollte halt vermeiden, dass das sozusagen die Errungenschaften der letzten Tage, was Schwimmen betrifft, durch irgendeinen Schockzustand. Mhm. Was ich meine, so, da reicht ja so ein Moment und dann haben die Angst plötzlich vor Wasser oder so. Weißt du, so, wenn sie einmal gemerkt haben, so, sie schlucken Wasser und sie kommen nicht und... Ja, ist wie vom Pferd fallen oder so. Deswegen, auch da bin ich nicht weiter weg. Weißt du, das sind dann so Sachen, die dann, wo dann diese nahen Brennweiten einfach sehr, sehr, sehr intim sind. Also das 24 war Gold wert. 35 war okay, aber war schon wieder weiter weg. Also 35 war schon... Also das ist schon der Unterschied für dich? Extrem. Okay. Extrem gemerkt. Okay. Extrem gemerkt. Jetzt könnte man natürlich fies sein und sagen, 24-70 hätte damit auch funktioniert. Nicht mit dieser geilen Blende. Nicht mit dieser Blende von 1.8. Also es gab schon einige Motive, die wirklich... Ich mag ja Bokeh, du weißt ja selber. Also es ist so, ist noch ein Unterschied. Aber ja, Zoom-Objektiv. Hätte vielleicht auch geklappt. Bin halt einfach kein Fan von Zooms. Okay. Nö, ist ja auch... Und gerade wenn sie... Die sind ja auch recht kompakt, kann man sagen. Ja. Aber in Zoom hat es ja trotzdem dabei, ne? Habe ich gar nicht verwendet. War kein einziges Mal drauf. Ha! Also das hättest du zu Hause lassen können. Das hätte ich zu Hause lassen können. Stimmt. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wir haben das nie gemacht. Jetzt 25, 24er drauf oder 105er. Und 105er... Also du hast gesagt, dass es wenig benutzt? Nicht gar nicht. Also wir waren... Eine Wanderung haben wir an der Nordseite gemacht. Eine Wanderung haben wir am Plateau oben gemacht. Und eine Wanderung oben im Anagargebirge, wo es eigentlich Regenwald gibt. Aber es war einfach zu heiß für Wolken. Und auf dem Plateau oben, auf dem Vulkan, da war halt keine Gefahr. Also da war halt Gefahr... Was weite Fläche? Ja, man bricht sich ein Bein oder man schürft sich auf. Aber man purzelt nicht zwei Minuten. Ja, man stirbt nicht, weil man 100 Meter den Hang runter purzelt. Und da habe ich das 105er drauf und dann konnte er auch rumtoben und so. Und hat selber schnell gemerkt, dass... Kennst du selber dieser Vulkanstein? Der schneidet ja durch deine Schuhe durch, ne? Ja, da kann man sich Schuhe kaputt machen. Alles schon passiert. Das war Hammer. Also ich habe glaube ich zwei, drei Fotos gemacht von 105er, aber die waren alleine schon das Wert. Also du meinst, genau. Also es hat sich trotzdem gelohnt, das doch echt große Objektiv mit rumzutragen, auch wenn man es nicht so oft benutzt hat. Ich glaube, darauf kommt es ja auch so ein bisschen an. Also Faule nehmen halt nur noch das Handy mit und sagen, reicht schon irgendwie. Ich glaube, man muss für so besondere Aufnahmen auch mal ein bisschen Aufwand in Kauf nehmen. Also ich glaube, das ist sinnvoll. Das sind halt Spezialobjektive, die man nicht in jeder Sekunde benutzen kann. Man kann nicht beim Einkaufen, beim Essen, beim Abendessen sonst was, einen 105 Millimeter benutzen. Ne. Aber das ist halt, das gibt halt diese Momente, wo er gar nicht merkt, dass er fotografiert wird. Er ist jetzt gerade mein Sohn. Und das ist auch schön, dieses Beobachten, wo er spielt und wo er einfach so ganz normal ist. Ja, gerade bei Kindern, ne? Ich merke das. Also ich glaube, das ist ja auch so, ich habe keine Kinder, aber Patenkinder. Die sind schon sehr konditioniert darauf. Ich glaube, weil auch viele Eltern mit dem Handy fotografieren, dass die merken, wenn sie fotografiert werden, dann genau. Und dann diesen hier machen. Ah, das finde ich immer ganz schlimm, wenn ich Bilder mache. Macht Maximilien aber auch. Ja, ja. Aber deswegen diese 105er. Ja, da merkt man es halt nicht. Das ist dann sehr schön, ja. Was auf jeden Fall, was mir sehr viel gebracht hat, ist glaube ich, werde jetzt in Zukunft auch so ein bisschen anders die Objektive betrachten bei den Tests, weil ich war schon relativ schockiert. Also ich meine, du weißt ja, dass ich selber Fotos auch oft mache von der Familie. Und Co. Aber es ist einfach nochmal eine komplett andere Betrachtung, wenn man unter anderer Prämisse fotografiert. Weißt du? So, so, so. Also inwiefern Prämisse? Also was ändert sich? Erstens, wenn es nicht der absolute Hauptgrund ist. Also wir reisen ja oft weg, weil es ja selber zum Produzieren. Um Fotos zu machen, ja. Ob jetzt Produktion oder für uns selber, aber wir machen Fotos. Punkt. Punkt. Und ich glaube, das ist teilweise sehr unfair, wenn man das vergleicht mit dem Anspruch, ich möchte tolle Bilder machen, ich möchte aber niemanden auf den Sack gehen. Aber du meinst das jetzt nicht in qualitativer Hinsicht? Oder auch noch ein bisschen? Nee. Ich meine das nicht in qualitativer Hinsicht. Ich meine das einfach nur, ich meine das einfach nur so, die Dinge drehen sich. Zum Beispiel Funktionen werden wichtiger. Die Bilder sind ja direkt von der Kamera. Weißt du ja selber, wir fotografieren ja direkt JPEG out of Cam. Maximilian hat darauf bestanden, dass halt auch die Oma, die die am Abend bekommt, der wollte dann skypen und dann erzählen. Klar, wenn da so ein kleiner Knirps auf dem Vulkan rumwandert, dann will der allen erzählen. Da hat man was zu erzählen, ja. Da müssen die halt auch schnell passieren und da kannst du keinen Import und sonst was machen und irgendwelche Entwicklungen, sondern die sollen halt auf dem Handy und dann direkt an die Oma und dann will er angeben, dass er heute über einen Vulkan gerannt ist oder sowas. Und auch Ausrüstung. Wie realistisch findest du das, beim 105er in den Urlaub zu fliegen? Geht so. Aber nehmen wir das nicht manchmal in unseren Blogvideos so ein bisschen? Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenklich bin, aber nehmen wir das nicht manchmal in unseren Blogvideos so ein bisschen an, als gottgegeben? Schon, ja. Ach so, in die Richtung meinst du? Ja, da hast du schon recht. Weißt du, also ich hätte wirklich Lust nochmal, also wir haben eh gesagt, wir wollen nochmal wandern gehen im Herbst, auch nochmal auf Tendareffa. Vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet. Vielleicht auch ein bisschen dünner, muss ein bisschen abnehmen. Das kommt ja von alleine dann. Aber ich habe echt überlegt, ob ich nicht einfach wirklich mal das 2870 von Sigma nur mitnehme. Nur ein Objektiv. Weil das so ein bisschen lebensechter ist, meinst du? Ne, ob es darauf überhaupt ankommt. Würde ich jetzt so viel schlechtere Bilder machen mit nur einem Objektiv? Wahrscheinlich nicht. Was sind denn die Kriterien, die das Bild gut machen? Weißt du, ich gucke mir das 105er Bild an, da gibt es so ein Bild, wo er mit auf dem Boden rumspielt. Und dann hat er halt diesen staubigen Boden gehabt und da wollte er so rumspielen und hat den Staub umher gemacht. Natürlich, unfassbar geil, gegenlichtig, hat alles gepasst. Oder meine Frau und er kommen dann nochmal durch diese Pinienwälder, das ist ein anderes Bild, auf uns zugelaufen. Und dann haben wir so ein richtig schönes Negativraum, wo die Pinienwälder sind und das Bokeh. Und ich gucke das halt an und denke so, boah, geiles Bokeh. Aber guckt man so auf Bilder? Wir schon, ne? Ja, wir schon. Aber würden 105 Millimeter nicht einfach auch mit Blende 2.8 reichen? Das ist die Frage. Ich finde es trotzdem gut, dass es, also ich glaube, es ist natürlich schön, es gehabt zu haben. Und das macht die Sachen auch besonders für einen selber. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen ein Zwiespalt, ne? Da redet man halt über den eigenen Anspruch, den man hat. Ja. Auch aus fotografischer Sicht, der bei dir und bei uns allen wahrscheinlich ein bisschen höher ist als bei anderen Menschen. Also diese, 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 die Spielzeugkamera, Nikon W150, die war einfach cool, weil er auch viele Bilder gemacht hat, die auch cool sind. Auch im Pool? Ah, ich war mir nicht so sicher, ob die dann noch wasserdicht ist. Der hatte ich jetzt schon ein paar Jahre. Oh, okay. Ich bin ja auch nicht mit dem iPhone in den Pool gegangen, obwohl das das eigentlich könnte, ne? Ich habe immer noch das Gehäuse drüber genommen. Ah, okay. Einfach, weil auch danach muss es wieder trocknen, kann es nicht laden und so. Also, und man muss auch nicht bei diesen Chlor-Pool-Dingern... Ist auch nicht das Beste für elektronische Kontakte. Ja, so. Und das Gehäuse kostet irgendwie 50 Euro oder sowas, was auch wieder Geld ist, aber was halt einfach meiner Meinung nach wirklich gut investiertes Geld ist. Ich fand es interessant, dass zum Beispiel diese ganzen Zusatzsachen, also auch zum Beispiel die Insta-Go, fand ich extrem spannend, ihm ranzumachen, weil einfach so die Perspektive dadurch entsteht und so. Also hast du wirklich ihm dann irgendwo angedöngelt? Ja, ja. Ja gut, das sind dann wirklich so besondere Sachen, ne? Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch das Schöne daran ist, dass man da mit Video-Foto spielt, was ich meine? Ja gut, da hat man die Gelegenheit dazu, ne? Ja, schon. Ohne, dass es irgendwie, ohne dass man muss, aber man kann halt sehr gut. Dein Blitz... Blitz, stimmt, hast du auch mit. Habe ich mir ein bisschen angequatscht, ne? Ja, wir hatten ja das Pech, dass Kalima kam für ein paar Tage, mal wieder. Also Sand, Turm, dunstig alles, ne? Wird aus der Sahara rübergeweht auf die Kanaden und das ist superdünstig und es war so dunstig, dass sogar oben auf dem Taide, auf dem Plateau, was ja bei 2.300, 2.400 Meter liegt, dass da auch keine Sicht war. Also zwei Tage war der Vulkan verschwunden. Bisschen gruselig. Das ist ein bisschen gruselig, habe ich noch nie erlebt. Also so hoch, weißt du? Also normalerweise ist es unten immer, aber oben ist immer irgendwie clean, aber das oben habe ich nie erlebt. Und das war halt fototechnisch geil. Wir sind dann nochmal abends hochgefahren und dann eben diesen Sonnenuntergang mit diesem Dunst und da habe ich noch ein paar Bilder geblitzt. Und auch das sind so Bilder, die finde ich halt unglaublich cool. Ist aber auch wieder Können involviert, ne? Das ist super Synken, das ist die Positionierung. Meine Frau hat dann, also Nicole hat mit dem Stab so reingehalten und Hand gehalten, hat dann irgendwann geschrien, mir fällt der Arm ab. Und ich so, sei ruhig, die Jungs machen das den ganzen Tag. So nämlich. Ich brauche noch 10 Fotos und noch 10. Kennst ja die Sache. Aber der 100 Watt Godox hat gut geklappt. Und ich hatte zwar keine Lichtformer dabei, aber es hat halt genau dieses Licht gebracht, um nochmal diese düstere Stimmung auf dem Vulkan zu machen. Und es sieht sehr genial aus. Und Maximilian freut sich tierisch über das Bild. Weil es halt auch einfach so... Es sieht wie aus einem Comic aus, ne? Ich wollte gerade sagen, die Bilder hätte man ja auch anders nicht hinbekommen, ne? Ne. Aber es ist echt der einzige Grund, warum ich diesen kompletten Blitz mit der Halterung mit dem Ding... Für die Fotos... Für diese 15 Minuten mitgenommen habe. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Also wie gießt man das jetzt in was Praktisches? Also... Was bringt das jetzt allen in die Zukunft, meinst du? Äh, ja. Also ich glaube, Learning Nummer eins, wenn die anderen Leute mitfotografiesüchtig werden, dann hilft es. Weil jetzt meine Frau zum Beispiel auch jetzt die Lumix nehmen konnte, habe ich die Sony genommen. Wir haben uns mal auch so ein bisschen gegenseitig fotografiert. Dadurch, dass Maximilian jetzt auch dann mitfotografiert hat, war das irgendwie so normal, dass man stehen geblieben ist für ein Foto. Wäre ich, glaube ich, der einzige gewesen... Dann wärst du so der Nerver gewesen, ne? Dann wär ich so der Nerver gewesen. Das heißt also, vielleicht kann es sinnvoll sein, so ein bisschen zu sorgen dafür, dass die anderen Leute auch gerne Fotos machen. Das kann man nicht erzwingen. Ja. Aber jetzt zum Beispiel Nicole hat Blümchen fotografiert. Also ich fand einfach diese Blumen auf dem Vulkan so cool, dass sie da fotografiert hat. Und das ist halt einfach schon schön, wenn man dann mal auf sie warten muss und dann muss sie auf... Also das ist dann so... Ja, ist doch schön, wenn man dann so durch... Also wodurch denkst du, ist das passiert? So durch die bisschen Simplizität in der Ausrüstung? Also... Ihr hattet ja vorher schon ne... Also... Weil wir natürlich zu Hause auch ne Lumix S5 haben, ne? Also weil wir... Weil sie natürlich die Kamera auch kennt und weil sie damit fotografieren kann. Also weil ich jetzt nichts irgendwas mitgenommen habe, was sie nicht anrühren darf, nicht versteht oder sonst was... Hast jetzt kein Riesenbody mitgenommen, wo man auch mit 1000 Tasten und so... Genau. Ja. Auch Maximilian hat ab und zu mal die große Kamera genommen und hat mit fotografiert. Ja, ja. Es gibt da... Es gibt da einige Bilder, die er gemacht hat. Das ist schon ein züchtiges Nachwuchs. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Dann die nächste Sache, die ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, je älter die Kinder werden, umso mehr Tele braucht man. Also je weiter weg die Kinder aus dem eigenen Handlungsschutzkreis raus können, umso mehr Tele... Und dann ist Tele auch wirklich geil. Dann ist es... Ja. Also dann macht Tele... Ja. Aber nicht, wenn er kurz vor Ertrinken oder potenziell im Selbstmord durch Autos oder sonst was ist. Also... Das heißt, das Alter... Nee, die Brennweite steigt so ein bisschen lineal. Mit dem Alter. Mit dem Alter. Ähm... Gibt eine Korrelation. Ich weiß nicht, ob diese extreme Freistellung, die F1.8 und F1.4, ob die sinnvoll waren. Das ist so eine Sache, die muss ich selber mir in Frage stellen. Weißt du, Benjamin? Ja. Ja. Viele Weitwinkelaufnahmen gemacht, wo in Unendlichkeit fokussiert wurde, wenig mit Bocke gearbeitet. Dafür braucht man es dann nicht quasi. Ja. Die Frage ist halt, ob es für die paar speziellen Bilder dann trotzdem sich lohnt. Was auch noch rausgekommen ist, ist auf jeden Fall, ich denke, man sollte immer eine kleine Zweitkamera haben, die einem die persönlich... Die man am Mann tragen kann. Aber ich glaube, da ist wichtig, dass es diese persönlichen Qualitätsansprüche auch erfüllt. Ich meine, die RX1 R2 ist eine 42 Megapixel Sony Vollformat Kamera. Das ist über jeden Zweifel erhaben quasi, was Qualität angeht. Ja. Aber wenn ich die fotografiere, das tut mir nicht weh als Fotograf, wo ich sage, boah, ich hätte das so viel besser machen können. Bei der RX100 Mark II ist das schon wieder potenziell ein bisschen gefährlicher. Allerdings wäre das auch noch eine Kamera, die ich sagen würde, boah, ist coole Qualität. Ich würde keine so Point-and-shoot-Knipse mitnehmen. Dann kann man gleich das Handy nehmen. Ja. Aber trotzdem so, es gibt ja heutzutage kleine, kompakte, hochqualitative Kameras. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein ganz wichtiger Tipp ist, dass man auch gar nicht mehr auf die aufpasst. Ich meine, du kennst die, wie die zerschrubbt ist. Die sieht ja an jeder Ecke hat die Macken. Die ist halt, die wird geliebt. Genau wie meine alte 5D Mark II ist es so, man darf da auch nicht mehr Rücksicht nehmen auf diese Kamera. Ja. Also die kann Maximilian fotografieren und wenn du sie fallen lässt, dann erschrecke ich erstmal. Aber dann hatte sie, sie hat ein Leben der Verwendung geführt. So. Und nicht in einer Vitrine. Ich werde sie beerdigen und sagen, du hast gedient. Okay. Sehr pathetisch. Sehr pathetisch. Nein, aber ich glaube das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Learning. Weil die S5 habe ich wirklich eigentlich nur fotografiert, wenn es rausging und ich wollte Fotos machen. Also ein bisschen gezielter quasi. Gezielter, ja. 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 Und ich glaube trotzdem auch, also ein paar Bilder habe ich ja auch gesehen, hat es sich trotzdem gelohnt das 105er auch mitzunehmen. Ja. 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 Weil das hat ja auch ein bisschen was mit eigenen fotografischen Ansprüchen zu tun. Und so selten wie man es benutzt, desto schöner sind auch die Bilder. Ja, ich benutze es ja eigentlich nur bei Porträts oder so bei freigestellten Personenaufnahmen. Aber nie so Reportage finde ich es halt sehr geil. Aber das macht es halt schon besonders halt, ne? Also ich hoffe jetzt jedenfalls, dass wir ein bisschen inspirieren konnten mit diesen Aufnahmen. Sehr private Einsichten. Mhm. Deswegen danke auch an dieser Stelle nochmal an dich. Bitte. Und das kleine Teufelchen, was wir gesehen haben. Welches? Der Witz war jetzt schon ein paar Wochen her, aber für die, die zuschauen, waren das zehn Minuten her. Ne, also ich glaube, ich glaube, man muss aufpassen, dass man Leuten nicht nervt, die mit Fotografie nichts am Hut haben. Ja. Und ich glaube, man muss gucken, dass man schnell Bilder liefert, schnell auch die Leute mit in den Ergebnissen überzeugen kann. Mhm. Frau, Freunde, Verwandte, Familie. Und ich glaube, man muss gucken, dass möglichst viele Kameras am Start sind, sodass alle Leute… Also hätte ich jetzt die S1R mitgenommen und dafür keine anderen Kameras, wären die Ergebnisse definitiv weniger gut gewesen und der ganze Trip wäre weniger gut gewesen. Mhm. Es stellt sich also auch die Frage so ein bisschen, ob wir zu teure Ausrüstung kaufen und nicht lieber dafür sorgen sollten, dass unsere Mitmenschen damit auch irgendwie… Ja, so. Fein sind. Ja, das ist… Also ich habe echt überlegt, ob man beim nächsten Mal nicht wirklich zwei S5 mitnehmen, die nicht mehr mitnimmt, die Sony, und einfach sagt, okay, die eine ist so zum Fotografieren für meine Frau, die eine ist für mich, wir können immer wechseln, was wir wollen und sonst was. Und dann kriegt sie vielleicht auch ein kleines Makro oder irgendein Objektiv, was Makro gut kann für die Blümchen. Das ist so, dass man den Leuten auch so ein bisschen sagt, komm, hier hast du ein Objektiv, was auch deinen unterstützt und dann mache ich meine Sachen und dann kann der Kleine mit seiner Sachen rummachen. Ich glaube, das liegt auch in unserer Aufgabe so ein bisschen, weißt du? Na, das stimmt. Das klingt sehr schön. Dann… Wir können ja ein Folgevideo machen, wenn ihr nochmal im Urlaub seid. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020